Die Röde 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 Wärts nur rot angemalt, nur ist der erste FC Karateufel. Ich habe mal einen Faun gemacht, einen Faun, äh, ne, wie heiße die, einen Avatar, genau, und dann hätten auch ein Fotograf kam, hat den Avatar dann fotografiert, und nachher haben wir das Foto gekriegt, ein Jahr später, und das war dann blau, und das dann wieder verändert am Computer, und das ist blau. Ja, ja. Ach, das wäre ja klar, kein Problem. Ich kann es nicht gebrauchen. Wir passen auf. Nein, 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 ich kann es auch auf, was ich bliebe, doch nicht. Kriegst du noch Luft überhaupt? Kriegst du noch Luft? Ich bin nicht. Dann kriegst du mal blau, dann kriegst du... Ja. Wir kommen mal ins Ringelge. So? 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 So, komm, du kannst mal schnell hier aushalten. Ja? Du kannst hier aufs Wasser stellen. Es wird schnell wie kalt. Stellst das Wasser wieder, aufs Feuer wieder. Ja? So, jetzt geht's weiter. Du müsstest die Badwanne etwas früher machen, oder? Wär doch besser. Wär doch geschickter. Der Badwanne da drüber ist. Gell, oder? Ja. Und man warten bis er geheißen hat. Aber er hat Angst, dass er sich dann verbringt. Da ist mir der Arsch verbrennt. Hehehe. En' das passiert? Ja, das passiert ja so. Du bist